Leute, es tut sich mal wieder was bei den Akkus für E-Autos und das betrifft hauptsächlich die LFP-Batterien. Ja, es muss nicht immer ein neuer Wunder-Akku sein, herkömmliche Technologie ist auch für Wunder zu haben und so wie es aussieht, ist die aktuelle Akkutechnik noch lange nicht ausgereizt. Wenn das so weitergeht, entwickeln sich LFP-Batterien nämlich zum heimlichen Game Changer. Ich habe mal drei aktuelle Meldungen aus den letzten Tagen für euch zusammengetragen, die ziemlich interessant sind. Es gibt nämlich zum Beispiel einen neuen LFP-Akku von CATL, der Strom für 400 Kilometer in 10 Minuten nachladen soll, also verdammt schnell. Dann hat das amerikanische Unternehmen One einen LFP-Akku entwickelt, der fast an die Energiedichte von NMC-Akkus rankommt und stellt auch noch einen Hybrid-Akku vor mit über 1200 Kilometer Reichweite. Und Tesla und Ford planen mit CATL gemeinsam US-Fabriken für LFP-Batteriezellen aufzubauen. Da steht uns also einiges ins Haus. Das schauen wir uns heute mal genauer an und klären natürlich auch die Frage, was LFP eigentlich ist und welche Vorteile diese Akkus eigentlich haben. Aber auch natürlich die Nachteile, wenn sie nach diesen Meldungen überhaupt noch bestehen. Das solltet ihr nicht verpassen, also unbedingt dranbleiben. Wofür steht LFP? LFP steht für Lithium-Eisenphosphat. Und diese LFP-Akku-Chemie, die löst tatsächlich ganz viele potenzielle Probleme, die wir mit den herkömmlichen NMC-Akkus haben, also denen mit Nickel, Mangan und Kobalt. Vorweg, LFP, NMC, das klingt so, als wäre da gar kein Lithium drin. Natürlich ist da welches drin. Bei beiden Akkutypen ist das Lithium für die Ladungsaufnahme zuständig und die verwendeten Mengen pro Akku sind auch relativ ähnlich, so zwischen 6 und 10 Kilo pro Auto, je nach Akkugröße. Aber nun erstmal zu den Vorteilen von LFP. Erstens, in den Akkus ist eben kein Nickel und kein Kobalt. Das bedeutet, wir haben damit also eine viel geringere Rohstoffabhängigkeit. Und die zu Recht kritisierte Kinderarbeit im Kongo entfällt bei LFP auch komplett. Also wohlgemerkt für unsere E-Autos. Das Kobalt dort wird natürlich weiter abgebaut. Das ist dann einfach nur noch für Handys, Laptops, Farben oder Katalysatoren. Aber da beschwert sich ja wenigstens keiner. Zweitens, Nickel ist wie Kobalt ein Rohstoff, um den sich die ganze Welt reißt. Deswegen gehen die Preise immer weiter nach oben. Eisen und Phosphat sind sehr häufig an jeder Ecke zu haben und dadurch eben günstig zu bekommen. Deswegen kann man die LFP-Akkus viel günstiger herstellen, teilweise um die Hälfte billiger. Drittens, Vorteile gibt es auch bei der Sicherheit, Stichwort Brandgefahr. Die LFP-Zellen haben total wenig Lust drauf, bei Beschädigung thermisch durchzugehen oder sich sonst wie zu entzünden. Solche Schlagzeilen wie E-Autos verursachen Frachterbrand sind dann hoffentlich endlich so gut wie ausgeschlossen. Dazu sind sie viertens auch noch viel langlebiger und halten doppelt so viele Ladezyklen aus wie NMC-Zellen. 500.000 Kilometer mit einem Akku, das wäre damit problemlos machbar, vorausgesetzt das Blech drumherum hält so lange. Aber es gibt leider auch Nachteile. Eine LFP-Batterie mit einem ähnlichen Aufbau wie eine Nickel-Batterie hat in der Regel eine um 30 bis 40 Prozent geringere Energiedichte. Das heißt, bei gleicher Akkugröße ist die Kapazität in Kilowattstunden geringer und das Gewicht auch noch höher. In Autos ist der verfügbare Raum für Akkus ja leider begrenzt. Daher sind die gängigen Kapazitäten bei LFP-Akkus so um die 60 Kilowattstunden. Mehr passt räumlich als Akkupack einfach nicht in den Unterboden oder ist schlicht und ergreifend zu schwer. Man stellt euch mal vor, ein 2 Tonnen Opel Corsa mit 85 Kilowattstunden LFP-Akku, das macht einfach keinen Sinn. Ein weiterer Nachteil bei LFP, die maximale Ladegeschwindigkeit ist geringer als bei NMC-Zellen. Und dazu kommt auch noch eine größere Temperaturempfindlichkeit. Das heißt, bei Kälte, da sinkt die Ladeleistung deutlich ab. Genau diese Nachteile sind also der Hebel, wo die Akkuhersteller ansetzen. Wenn es nämlich gelingt, diese ganz loszuwerden, dann hat man fast einen eierlegenden Wollmilch-Akku. Und CATL scheint genau da auch angesetzt zu haben. Ich meine Strom für 400 Kilometer in 10 Minuten. Da muss der Akku verdammt schnell laden, also die Ladeleistung sehr hoch sein. Und das soll mit der neuen Shenqing-Batterie möglich sein. Shenqing ist ein alter chinesischer Ausdruck für besonders hohe Geschwindigkeit, also turbomäßig sozusagen. Tja, was dürfen wir denn da eigentlich genau erwarten, also in der Realität? Die 400 Kilometer sind natürlich nicht die reale Reichweite, schätze ich mal. Denn wir stellen uns ja in Deutschland immer Autobahngeschwindigkeit vor. Es wird also wahrscheinlich eher so ein genormter Fahrzyklus sein, für den diese 400 Kilometer gelten. Und im Falle von CATL, da wird es ein chinesischer Fahrzyklus sein. Wahrscheinlich diese CLTC-Norm und die ist nicht besonders anspruchsvoll. Zudem hängt das Nachladen von Reichweite nicht nur von der Ladedauer ab, sondern eben auch vom Stromverbrauch des Akkus. Brauche ich 10 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, dann reichen ja, dass ich 40 Kilowattstunden nachlade, um 400 Kilometer zu kommen. Bei 20 Kilowattstunden Verbrauch, was eher realistisch ist, da sind es dann schon 80 Kilowattstunden, die ich brauche, um 400 Kilometer zu kommen. Dass beides beim Nachladen natürlich unterschiedlich lang dauert, das dürfte ja wohl allen klar sein. Diese 400 Kilometer bedeuten zum Beispiel auch nicht, dass ein Akku, der in der Praxis bei 100% Füllstand 400 Kilometer weit kommt, in 10 Minuten wieder voll ist. In dem Fall, da müsste ja die Ladeleistung über die ganze Ladedauer immer konstant auf diesem brachialen 4C bleiben. Das würde kein Akku lange mitmachen, auch der neue von CATL nicht. Die Laderate 4C, die ich gerade erwähnt habe, bedeutet übrigens, dass ein Akku mit einer Gesamtkapazität von zum Beispiel 60 Kilowattstunden mit einer Ladegeschwindigkeit von 4 mal 60 Kilowattstunden, also hier 240 kW, laden würde. Jetzt wird aber die hohe Ladeleistung nicht während der ganzen Ladezeit konstant gehalten, weil das den Akku einfach viel zu sehr stressen würde, sondern die Ladung fängt mit hoher Laderate an. Sagen wir also bei 60 Kilowattstunden mit den 240 kW und fällt dann bei einem bestimmten Ladestand meistens so um die 50% linier ab. Das bedeutet also, in der Wirklichkeit wird dieser neue CATL-Akku statt 10 Minuten bis 100%, also 400 Kilometer, in der Praxis eher so eine Viertelstunde von 10 bis 80% laden müssen. Das entspricht aber ja auch schon den aktuellen schnellsten Ladeweltmeistern, wie zum Beispiel Hyundai Ioniq 5 oder Porsche Taycan und die haben herkömmliche NMC-Zellen. Und falls euch interessiert, wie CATL das hinbekommen hat, dann steht in ihrer Präsentation, durch eine beschleunigte Extraktion der Lithium-Ionen während des Ladevorgangs. Außerdem soll die Einlagerung der Lithium-Ionen in das Elektrodenmaterial besonders schnell gehen. Und dann erwähnt CATL auch noch eine schnelle Ionen-Ring-Technologie, also geschichtete Elektroden mit mehreren Gradienten, einen neuen Elektrolyten und einen ultradünnen Separator. Ja, jetzt sind wir definitiv schlauer. Auch die oft zitierten Coldgate-Probleme bei der LFP-Technik, die will CATL überwunden haben. Das bedeutet, das schnelle Aufladen soll über einen sehr großen Temperaturbereich klappen. Sogar noch bei minus 10 Grad soll sich der Akku in 30 Minuten von 0 auf 80% bringen lassen. Damit hätten die neuen Zellen keine Temperaturnachteile mehr gegenüber den aktuellen NMC-Batterien. Ob der neue Akku am Ende auch wirklich günstiger ist als aktuelle NMC-Batterien, ist leider noch offen. Warten wir es mal ab. Aber so lange müssen wir gar nicht mehr warten, denn CATL will die Batterie jedenfalls schon Ende dieses Jahres in Serie bringen und dann in die ersten Autos einbauen. Wir dürfen gespannt sein, denn neben Tesla verbaut auch Stellantis, Mercedes und zum Beispiel auch VW im Moment schon LFP und in Zukunft wollen sie das sowieso vermehrt tun. Und alle arbeiten sowieso schon mit Kattel zusammen. Von den ganzen chinesischen Herstellern darf man mal ganz zu schweigen. Die nächste LFP-Innovation kommt aus Amerika. Da hat das Unternehmen One ein neues LFP-Akkupack entwickelt. Und das soll fast an die Energiedichte von NMC-Akkus rankommen. Und dann stellen die auch noch einen Hybrid-Akku vor mit über 1200 Kilometer Reichweite. Bei One hat übrigens BMW als Investor mit die Finger im Spiel. Also ein bisschen deutsche Beteiligung ist auch dabei. One liefert also nicht einzelne Zellen, sondern komplette Akkupacks, die dann sozusagen von den Herstellern nur noch unter die Autos geschraubt werden müssen. Die Energiedichte des neuen Arius II Akkupacks wird von One mit 263 Wattstunden pro Liter Bauvolumen angegeben und 162 Wattstunden pro Kilogramm Gewicht. Man kann sich jetzt leicht ausrechnen, dass zum Beispiel ein Liter Bauvolumen, also ein Kubikdezimeter von diesem Akku, 1,62 Kilogramm wiegt. In Relation zu aktuellen LFP-Batterien soll das 34% mehr Energie pro Volumen entsprechen und das Gewicht ist auch noch 23% geringer. Und wie haben die Leute von One das hingekriegt? Eigentlich nur durch gesunden Ingenieursverstand. Man hat nämlich ganz simpel das Paket- und Zellendesign verändert. Beispielsweise wurden die Aufprallbereiche innerhalb des Akkupakets gegenüber einem NMC-Akku verkleinert, weil die LFP-Akkus ja nun mal deutlich sicherer bei Beschädigungen reagieren. Also muss man drumherum auch nicht so viel Platz lassen. Und um das Gewicht des Batterie-Packs zu verringern, da hat man außerdem einfach leichtere Materialien eingesetzt. So passen dann einfach mehr Zellen in ein Pack, was dann wieder bei gleicher Baugröße die Kapazität steigert und das Gewicht verringert. Eigentlich eine ganz einfache Sache. Damit könnte die Arius 2-Batterie zum Beispiel bei typischen Elektroautos für rund 550 Kilometer Reichweite sorgen. Das wäre dann eine Speicherkapazität des Batterie-Packs von wahrscheinlich 80 Kilowattstunden. Denn zum Beispiel der ID.4, der braucht nämlich für genau diese WLTP-Reichweite einen 77 Kilowattstunden-Akku. Und da ist ja oben immer noch ein bisschen Puffer drin. Plötzlich passen also größere LFP-Packs, also Platz- und Gewichtsmäßig, in die ganz normalen Autos und liefern die gleiche Reichweite wie bisher die NMC-Akkus. Dazu kosten sie aber im Fall von Arius 2 ein Viertel weniger und bieten mehr Sicherheit und auch noch mehr Langlebigkeit. Die Serienproduktion soll in den USA ab Ende 2024 in Michigan beginnen. Aktuell bauen die gerade die Fabrik dazu auf. Damit aber noch nicht genug. One hat gleichzeitig mit Gemini noch einen Hybrid-Akku entwickelt, der noch dieses Jahr zusammen mit BMW in einem Prototypen des BMW iX SUV vorgestellt werden soll. Die Reichweite soll dann rund, haltet euch fest, bei 1000 Kilometer real liegen. Reichweiten von 1000 Kilometer und nur noch halb so hohe Kosten, das sind doch mal richtig gute Aussichten. Im Fall von Gemini ist das besonders spannend, denn One setzt hier auf eine Hybrid-Batterie, die aus zwei verschiedenen Akkutypen besteht. Auf der einen Seite ihre LFP-Zellen, auf der anderen Seite sogenannte anodenfreie Zellen, die durch den Wegfall der Graphitanode enorm viel Platz und Gewicht sparen. Anodenfrei ist vielleicht nicht ganz wissenschaftlich korrekt, denn natürlich hat jeder Akku auch eine Anode. Gemeint ist einfach, dass auf das Graphit verzichtet wird, aus dem normalerweise die Anode besteht. Es bleibt dann nur noch ein Metallkontakt übrig und an dem entladen sich dann die Lithium-Ionen. Eine anodenfreie Batterie ist also nichts anderes als ein Lithium-Metall-Akku. Auch andere Batteriehersteller, die entwickeln schon Lithium-Metallzellen. Das ist also erstmal nichts Spektakuläres. Diese Lithium-Metallzellen, die weisen zwar eine sehr hohe Energiedichte auf, würden aber eigentlich niemals für ein E-Auto taugen, denn sie lassen sich erstens nicht so schnell laden und entladen und vertragen auch nicht so viele Ladezyklen. Und was ist nun die Besonderheit von der Gemini-Batterie von One? Der Trick bei denen ist der, dass sie unterschiedliche Zellen kombinieren, nämlich eine Art für kurze alltägliche Fahrten und die zweite Zelle für Langstreckentrips. Und so funktioniert es. Die meiste Zeit, da werden nur diese 80 Kilowattstunden LFP-Zellen verwendet und damit alleine fährt das Auto im Alltag rum. Das Batterie-Management-System lädt und entlädt die LFP-Zellen mit voller Power natürlich, aber die zusätzlichen anodenfreien Zellen, die werden da nur relativ langsam geladen. Wenn man sich dann aber auf eine Langstrecke begibt, dann schalten sich die 105 Kilowattstunden anodenfreien Zellen dazu und sorgen für die nötige Reichweite. Und das machen die, indem sie die LFP-Zellen des Akkus während der Fahrt aufladen. Man könnte eigentlich auch von einem Range-Extender sprechen. So ein Gemini-Pack hat eine Gesamtkapazität von 185 Kilowattstunden. Dass mit dieser Technologie wirklich große Reichweiten möglich sind, das hat das Start-up schon im Januar diesen Jahres bewiesen. Damals schaffte ein Tesla Model S mit einer One-Gemini-Batterie 1210 Kilometer mit einer einzigen Ladung. Die Strecke wurde tatsächlich mit 88 kmh Durchschnittsgeschwindigkeit auf öffentlichen amerikanischen Straßen gefahren. Wirklich spannende Geschichte. Oder was meint ihr dazu? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Bei den ganzen spannenden LFP-News ist es eigentlich auch keine große Überraschung, dass Tesla und CATL gemeinsam eine neue Fabrik für eben diese LFP-Zellen in Austin, Texas planen. Das gleiche hat Ford übrigens schon im Januar angekündigt und die planen mit CATL eine Fabrik mit einer Jahreskapazität von 35 Gigawattstunden. Beide Pläne sind allerdings noch in der Schwebe, weil die US-Regierung erst davon überzeugt werden muss, dass das chinesische Unternehmen CATL damit nicht von den US-Subventionen profitieren würde. Man will ja die Abhängigkeit von China bei der Batterieproduktion verringern. Deshalb erhalten auch nur solche Elektroautos diese US-Steuersubventionen, bei denen die Batterien aus den USA stammen. Na klar, deswegen planen sie ja auch die Werke in der USA. Ich bin gespannt, ob Ford und Tesla das jetzt durchbekommen. Was meint ihr denn dazu? Glaubt ihr auch, dass LFP der wahre Game Changer der Zukunft für unsere E-Autos ist? Oder setzt ihr dann doch lieber auf Natrium-Ionen-Akkus oder Feststoff-Batterien? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt. Dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.